Wir machen folgendes. Wir machen zuerst ein Foto und danach machen wir noch ein Videoclip. Also das heißt, Anna bitte, Röschi. Genau. Wir warten noch ein bisschen, also bis die Autos, ne? Ich glaube, die Autos sind auf dem Platz gefahren. Ach, okay. Die Praktizierenden, die ganz an der Seite stehen, ihr kommt leider nicht ins Bild rein, könnt ihr bitte ein bisschen näher heranrücken, auf die rechte Seite auch. Bitte auf den Platz rein, damit ihr überhaupt aufs Foto kommt. Genau, doch ein bisschen rein, also in der ersten Reihe da vorne, da ist noch eine Lücke, da kann man... Ja, und auch, ich glaube, Elis und Maria, könnt ihr vielleicht noch ein bisschen näher kommen? Geht das jetzt? Jetzt? Ja, so ist gut. Okay, okay, da sehe ich also einen Dinschein im Banner, also senkrechten Banner. Du bist jetzt aus der Reihe. Ja, sehr schön, hast du gehört, wunderbar. Okay, und dann hier, andere Banner bitte mit der Schrift nach vorne. Sehr schön, wir sehen das. Okay, die Banner, also...